So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, äh, Folge Home Sweet Home Episode 2. Ist schon lange her, ehrlich gesagt weiß ich nicht mal mehr wo ich bin. Wir laufen einfach mal rum kurz. Muss mal kurz wieder die Orientierung finden hier. Aha, was war das? Oh Gott. Ich habe leider gerade nichts um zu heilen. Oder doch? Ich bin noch sicher, dass ich nochmal. Das ist Docken. Nö, keine Ahnung, hab's vergessen. Egal. Das Blöde ist, ich habe irgendwie vergessen, wo ich lang muss. Warte, von hier komme ich, oder? Nein, komme ich nicht. Komme ich von hier? Escape. Ja, würde ich gerne. Oh, nee, Digger, den Jans. Oh, what the fuck? Jo. Ähm. Das war eine schnelle Folge. Also. Ich habe, guck mal, ich habe normalerweise doch so... Nägel, habe ich leider nicht. Escape. Ja, soll ich jetzt zurückkehren, oder soll ich da durch? Das blicke ich halt gerade nicht. Warte, warte. Wir warten mal kurz hier. Junge, seid ihr schnell. Bruder, der will mich ficken. Ah. Du Hurensohn. Verfluchter Bastard, Alter. Ob ich vielleicht langsamer bin, wenn ich auf den Inseln laufe? Klammer, gleich mal testen. Nö, immer noch gleich. Wollen die mich verarschen? Guck mal, ich laufe diesmal einfach durch, okay? Oh, mein Alter, das wird nix. Das Spiel will mich ficken. Hä, was erwarten die von mir? Ich blick's nicht. Escape. Ja, aber wohin? Also, hier komm ich ja auf jeden Fall nicht durch. Das ist ja mal safe. Also. Vielleicht, wenn ich das Licht ausmache. Bei meiner Eier, wenn ich das Licht ausmache, sieht er mich trotzdem, Alter. Wir rennen jetzt mal ganz zurück. Ähm. Oh Gott, der Weg ist ja versperrt auf einmal. Ah, warte, warte. Der sieht mich gerade nicht. Leute, der Weg ist einfach versperrt gerade. Der war doch noch offen hier. Der Nernst, der ist echt versperrt jetzt. Was für Hunde, Alter. Ich kann den nicht mal abstechen, weil ich keine Nagel hab, Alter. Wo soll denn das gehen? Rechts rum? Nee, ich kann hier nicht runter. Oder meinst du da rechts rum? Ja. Also, hier runter geht auf jeden Fall nicht. Kann ich den Bruder nicht einfach abstechen? Nein, kann ich nicht. Junge, wo ist denn da der Sinn von diesem Scheißdreck gerade? Escape stand da gerade auch. Ja, nee, ich muss... Ich werde jetzt sowieso noch mal sterben. Ich versuch's einfach mal darüber. Ach, Gott, im Himmel, Alter. Oder wir beobachten mal kurz, was der macht. Ich kann ihn auch nicht abstechen. Hätte ich nur ein paar Nägel... ...würde ich den... ...diesem... ...braven... ...Monster hier... ...abstechen. Geh, rechts rum geht auch nix. Ich muss da durch. Alter, wie soll denn das gehen? Ah, ich muss warten. Ich muss wirklich hier warten, dass die... Guck mal, der läuft gerade nach rechts ein bisschen. Junge, wie hast du mich von da gesehen, Alter? Oh, ich krieg gleich einen Raststoff. Rast gleich aus. Also, wir gehen jetzt direkt nach rechts. Okay, also da ist einer. Ich versuch's echt mal mit Ducken jetzt. Ja, aber der da drüben... ...der will nicht abhauen, Alter. Komm, schau und dreh dich um. Geh weg. Also, so wie's aussieht... Oh, okay, okay, okay. Komm schon, bitte sieh mich nicht. Scheint mit dem Ducken zu funktionieren, by the way. Aber wie soll ich an dem vorbeikommen? Ich muss wieder zurück. Ich muss da durch, wenn er nach rechts läuft und dann sich umgedreht hat, sozusagen. Jetzt laufen nach rechts, Bruder. Gott, da ist aber noch einer. Ah, okay. Okay, okay, okay. Also, man braucht Geduld bei der Stelle. Und die habe ich nicht. Aber der hier macht mir Sorgen. Also, wir bleiben jetzt mal so. Warten auf den da. Wo ist der andere? Okay, da drüben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Uuuh, komm schon, komm schon. ok 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 da vorne ist noch einer sonst sehe ich aktuell keine aber wenn ich sie ja durch geschafft habe ist es geschafft also ich glaube nicht im gedruckten zustand vor den lauf dann sehen sie mich trotzdem wenn ich hinter dem bin dann nicht aber als ich aufrecht hinter dem war hat er mich direkt bemerkt nein digga wo kam der denn her guter lauf lauf guter lauf und medica ist noch eine also wenn ich hier nur richtig laufen könnte oh gott das sogar zwei nein ich raste aus wo kam der penner her den einen den ich vorhin übersehen habe darf ich nicht noch mal übersehen ehrlich gesagt weiß ich nicht mal wo der war ich meine ich habe auf den hier gewartet wo waren dann der andere oh gott so wo war denn der der mich gesehen hat ach die kommen gerade hier über die beiden deswegen oder sieht es nur so aus was geht bruder oder schwester eins und beiden kommt jetzt hier rüber oder nicht ne wahrscheinlich nicht sieht komisch aus halt okay das habe ich geschafft jetzt und was erwarten die von mir wie ich die da drüben wie ich da vorbeischleichen soll bitte wie soll das funktionieren okay die bewegt sich gut oh man diese scheiß geräusche alter okay also jetzt müssen wir darauf warten dass der die das da drüben wegläuft komm schon wer hat mich gesehen alter wer hat mich gesehen bitte oh gott ich will hier weg wo ist der ausgang geschafft fickt euch fickt euch alle oh gott the fuck hier digger ihr kennt mich mal easy die brücke sieht auf jeden fall stabil aus mal ungelogen das game ist krank laut alter kann das sein eieieiei ähm gott alter ich kann nicht nach hinten gucken ich dachte ich kann chillen ja jetzt oh gott was kommt denn da was war da oben okay ich bin tot spiel zu ende so sorry digger ich war gerade so angespannt deswegen habe ich den chat nicht gelesen okay ich war eine brücke runter und lande in einem fucking house alter smite hör mir auf heute war smite abgefuckt sein vater wir hatten zwei leute die nach keine ahnung 15 minuten irgendwann afk gegangen sind und das game verlassen haben äh noch ein dritten der übelst gefiltert hat ja also hör auf smite war heute abfuckt deswegen ich wollte heute games anaufnahme war mein eier alter war unmöglich heute ich habe gar keine taschenlampe die haben mir meine taschenlampe weggenommen diese hunde kann ich die lampe da bitte ah ok ah ja ok ich habe die lampe mitgenommen gut hier gibt es nichts nichts besonderes ist das eine fliegenklatsche geiles bett übel bequem wahrscheinlich kann ich das nehmen was ist das immerhin kann ich mal rennen ok geht nichts ich habe nichts mehr zu verlieren wenn das niemand beendet war ich das selbst einer von uns muss gehen es oder ich ich hoffe dieses messer wird mir helfen james diary fucking jane alter ich dachte die tuss ist letztes mal verreckt am ende von home sweet home 1 vom ersten teil ist die da nicht verdeckt war das das haus wo wir im letzten teil waren ich weiß gar nicht ist das das letzte teil von home sweet home ja die wir haben jetzt mal auch nach drei tagen direkt aufgehört also nach drei nach drei spielen haben wir direkt aufgehört heute das ging einfach recht nicht man ok hier gibt es einfach gar nichts hier laufe ich gerade im kreis oder so auch geile musik ja das sieht für mich auch wie das haus wie das haus auch da ist die tussi das ist die tussi die uns am ende von home sweet home 1 gekillt hat alter man die ist ja völlig am arsch okay kann ich da rein dicker das ist ein horrorhaus als ob ich in den keller gehe bei meiner ja ja was auch immer ist mir zu viel text wenn ihr es lesen wollt drückt es halt kurz stoppt die leute weil ich habe keinen praxis zu lesen das da drüben sieht wie aus wie die turst die selbstmord begangen hat in der schule oder die sich erhangen hat erhängt erhängt erhungen Junge ich laufe im kreis gefühlt soll ich in den keller wollt ihr dass ich in den keller gehe warte ich war hier schon alter das ist ja hier labyrinth ich muss wohl in den keller gut dann gehen wir in den keller oh Gott ähm Gott okay wirst du jetzt dass ich normalerweise in horror games nie renne oh was geht denn da ab alter ich renne eigentlich nie bei horror games aber die dumme crack bitch von teil 1 hat mich hat mich abgehärtet ist da jemand hallo hallo beobachten wir das mal doch ich bin morgens ich bin in dem jahr in Sticht er die jetzt ab? Hm, ich habe erwartet, dass er sie absticht. Okay. Ja, die Scheiße auch ein Ende. Okay. Links oder rechts? Da, wo das Licht ist, ist es bestimmt eine Falle, Alter. Es geht in die Dunkelheit. Das ist doch voll hässlich. Warum gibt es hier zwei Wege? Guck mal, da gibt es auch noch einen Weg. Und hier gibt es einen Weg. Und wenn ich jetzt hier reingehe, schließe ich die Tür, weil ich will wissen, was da ist. Wahrscheinlich gibt es hier gar nichts, oder? Mongos. Ich habe mich verarscht. Kann man da irgendwas sehen? Hallo? Hallo? Ich habe mich verarscht. Ich habe mir gelangen. Herz warst du. Ich bin, die Schlag. Ich sehe es nicht, dass ich das nicht. Aber wenn ich die Leute hier noch nicht, kann man mal wiederholen. Ja, was ich? Ja, ich bin doch einfach. Ich habe das ja gesagt. Ich habe das ja gesagt. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Ich werde die Frau mit mir zu tun. Ich habe mich gefeuert gemacht. Vielen Dank. Ich habe mich. Aber du bist du mit mir. Ich habe mich nicht gesehen. Ich bin mir nicht. sind Mensch Ganz ehrlich, ich blick gar nicht warum die so ein Drama schieben. Wegen was auch immer. Irgendjemand hat die Stadt verlassen.. ich habe nicht mal wirklich zugehört. Dann hat die Tuss gesagt, dein Gesicht ist hässlich, sieht aus wie scheißce. Oh nein, ihr wisst was das bedeutet. Sobald ich mich verstecken kann heißt das, irgendjemand wird mich verfolgen, geil. Habe ich jetzt schon Bock drauf. Viele Schränke zum Verstecken. Gefällt mir nicht. Wer wird mich wohl verfolgen? Wird es die sein? Bis du es, der mich verfolgen wird? Oh mein Gott, das ist wirklich die... Alter, ich drück doch die ganze Zeit eh. Junge, was ist mit dir los? What the fuck? Oh ja, ich drückte dich. Oh ja, ich drückte dich. Er ist nicht so, dass er nicht so, dass er nicht so ist. Du mich auch. Also, die Tür machen wir auf, die Tür machen wir auch auf. Was ich nicht pfleg, ich konnte mich von der nicht losreißen. Oh, da ist sie. Oh, da ist sie nochmal. Junge, wie oft ist denn die da? Alter, die Tuss ist übler als die Crack Bitch mit dem Katermesser. Die läuft doch voll schnell. Okay, die Tuss ist echt übel, Mann. Ich glaube, ich muss ein paar Testversuche durchmachen. Und einfach sterben. Guck mal, ich drücke die ganze Zeit eh okay und es bringt einfach nichts. Ich bin nicht hier. Junge, die Tuss ist übel. Okay, ich muss ein paar Mal sterben, weil ich blicke gerade nicht, was ihre Dings ist. Ihre Laufrouten und sowas. Ja, das gucke ich mir nicht nochmal an, Alter. Oh, nee, Digga, muss ich mir das echt nochmal reinziehen. Ah. Das Blöde ist, bei dem Game kann man einfach nicht zwischenspeichern. Du kannst erst speichern, wenn du... So, diese... Diese Vogelhäuschen-Dinger da, findest du. Ich spule für euch vor. Bis gleich. So, weiter geht's. Wieder dieses dumme Gelaber von diesem Spastner gehört. Die Olle ist scheiße widerlich. Jetzt mal ohne Witz. Ähm, verwandelt die sich auch? Zufällig? Nein. Hä? Blicke ich nicht. Wo soll ich denn hin, wenn die Olle kommt? Ist hier irgendwas? Ich weiß nicht, was ich tun soll, ehrlich gesagt. So, jetzt kommt sie. Mal ungelogen, ich hab keine Ahnung, was ich tun soll. Alter, jetzt bin ich schon wieder hier im Schrank und ich weiß nicht, wo die... Blöde cool ist. Ja, was ist bei der der Auslöser? Ich blick's auch nicht. Ich werde mein nächstes Mal... Wenn ich jetzt wieder sterbe, ich werde einfach in den Raum gehen und kurz, ganz schnell durchgucken. So, die läuft wieder weg. Oder sie läuft her. Alter, läuft die gerade her oder weg? Okay. Wo ist jetzt? Die. Okay, da ist sie. die hat auch so komische laufruten alle geht die geht gerade kann ich die tür schließen ja nice also ich gehe mal davon aus dass sie sich rum teleportieren kann ich muss hier durch okay oh gott die kommt gleich wieder okay 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 also ich gehe mal davon aus ob ich muss den schlüssel finden ich gehe echt davon aus dass die sich dass die überall erscheinen kann einfach ich weiß aber nicht wo sie immer erscheint ich denke mal überall wo immer diese lichter angehen neben den statuen geht wahrscheinlich ihr ding kann ich hier speichern ja danke 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 so wir beenden die folge und bis zum nächsten mal ciao